ich hätte ein Server gelöscht, kann das sein? Nice, Paul. So muss das. Ja. Gut. Was machst du denn auch? Na ja, auf jeden Fall. Hui! Ich bin wieder zurückgesprungen. Sollen wir weitermachen oder nicht? Mir wurscht, ihr könnt ruhig weitermachen. Okay, sollen wir weitermachen, Thomas? Nee, okay, dann hören wir auf. Dann warten wir auf, Paul. Wenn du es geschafft hast, dann. Tschüss. Du musst doch einfach diesen verdammten... Ja, genau. Genau. Ich könnte ja auslasten. Du kannst ja vielleicht versuchen mit Schwung, also dass du von dem vorherigen Block dir Schwung mitnimmst. Weißt du, was ich meine? Guck, warte, ich zeig dir's. Ups. Haa, blub. Moment, ich muss mal kurz zurückspringen. So, wenn du von hier stehst, ne? So. Dann weiter. Als das funktioniert. Ja, ich weiß, warte, ich versuch's nochmal. Ich schaff's, ich habe bis dahin. Nice. Warte, ich mach nacht. Ja, hier drauf und gleichzeitig hier rechtsklick machen einfach. Ganz halb Spam. Okay, oder so. So, jetzt können wir weitermachen. Eine Stage machen wir noch, oder? Ja, genau. Ich bin auch runtergefallen. Wo geht's denn da? Hier. Nice. Hast du nochmal runtergefallen? Nice. Ja, nice. Wie schlecht. Alter, das ist ein sauweiter Sprung, der eine da. Ausnahmere. Ja, vier Blocksprung, glaub ich. Ein diagonaler vier Blocksprung. Geschafft. Die Stage. Nee, das ist jetzt noch nicht. Ja, doch. Ah, okay, die Stage verstehe ich. Okay, nee, der kriegt nicht den. Was ist da, TNT? Äh, du darfst nur auf Holzdruckplatten treten, keine Steindruckplatten. Ja. Geht's denn ganz kaputt? Ja. Zumindest kommt er nicht mehr hoch. Alter, nur auf, Mann. Ja, hab ich geschlagen. Ich wusste dich nicht, sorry. Ich wusste dich. Nice. Wo muss ich jetzt hin? Ja, dahin. Das ist jetzt nicht grad der schwere Sprung, ne? Alter, was? Ähm, du kannst dich vorher aufmachen, bevor du springst. Ja. Ah, das wäre auch vielleicht sinnvoller. Ja, er läuft noch. Er läuft noch. No, wieder mal angehittet. Hehehe. Hehehe. Flup. 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 Weeeey, dong. Kommt, Thomas, schaffst du, locker. Go for it. Ich zähl auf dich. Ich, eins, zwei, drei. Ich zähl auf dich. Ach komm. Zu früh. Bam. Nice. Nice. Nicht so nice. Ist doch nur ein Drei-Block-Sprung. Oder so, ne? Darf ich weitermachen oder soll ich warten? Du willst doch hier aufhören. Da vorne, da fängt ja die neue Challenge an dann. Du hast gesagt, nur eine Stage. Ja, das ist ja diese Stage. Stage. Ja, mach halt weiter, ist mir egal. Alles klar, mega einfach. Fertig. Scheißdreck, ey. Guck mal mal kurz zu. Guck mal kurz zu. Teacrape. Was ist das da für ein Block? Ach, das ist da eine Woll-Block. Oder was ist das? Forever Alone. Ich guck mir grad die Stage an, was da noch so alles auf uns zukommt. Ja. Es kommen noch so ein paar Sprünge. Ne? Alter, was ist denn los? Voll die coole Map. Ja, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Was ist denn mit dir los, Thomas, ne? Was ist denn mit dir los? Was machst du denn? Hiesliger Hoodie. Konzentration. 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 Auf. I got this. Oh oh oh. Hi. Nah. Ah, ist das gut. Hey, wie du jetzt immer den vier, vier, vier Blocksprung schaffst und dann sowas hier nicht. Ja. Ach komm, schau, dann kannst du auch mal wehen. Leute, ganz kurz, ich hab was gefunden. Pass auf. Ich hab den Wolleblock gefunden. Was bringt der? Das ist der Bonuswolleblock. Warte, ich geh nochmal kurz zu den Regeln. Okay, mach mir eh nicht. In jeder Stage gibt's so'n Wolleblock. Ich guck mal wo in Stage 1 der Wolleblock war. Ja. Auch wahrscheinlich unter so'n Bett oder so. Ah, ich seh ne. Wo denn? Äh, da bei dieser, ja bei dieser hohen wo du grad warst. Ah, hier. Hoch geht, ja. Grün, grün, alles klar. Ich hab meinen Glück gehabt, aber wir müssen uns eigentlich die Kombination merken, aber scheiss drauf. Das ist abgebaut. Ja. Da, 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 da,, da, 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 da. das nur auf die Holzdruckplatten aber warum ist jetzt hin da drüben alles wichtig die da hier ist unnötig du kannst auch gleich auf die ist dasselbe wo alles klar wir sehen uns das nächste Mal wieder Tschüss